So, mal ganz kurz und schnell, wie man das alte Transformieren bei Photoshop aktiviert, und zwar in der Version 20.06. Da geht ihr einfach auf Photoshop, Voreinstellungen, Allgemein und setzt hier unten ein Häkchen, älteres, frei, transformieren, verwenden. Und dann transformiert Photoshop wie gewohnt, tatsächlich auch mit gedrückter Shift-Taste, wieder mal ein altes Transformieren benutzen, so wie ich es gewohnt bin. Das war ein kurzer Tipp für heute, für alle, die Photoshop 20.06 benutzen und vielleicht das alte Transformieren weiter benutzen wollen. Tschüss!